Der Pierrot und der Fennor, die Fischer von St. Juren, sind jung und sie sind bisher noch frei. Das Mädchen, das kommt heiß zu, sie sagt allen beiden zu, sie werden Rehwalen sein, die zwei. Das Boot mit den beiden Fischern von St. Juren, das fährt zu der schönen Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam. Das Boot mit den beiden Fischern von St. Juren, da sagt das Mädchen zu den beiden, das müsst ihr zwei schon selbst entscheiden. Ich hab euch beide gern, mir ist's egal. Ich will als Fremde nur erleben, wie hier die Fischer Feste geben. Wie mich zum Fest gehört, ist eure Wahl. Das Boot mit den beiden Fischern von St. Juren, das Boot mit den beiden Fischern von St. Juren, das Feld zu der schönen Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam. Das Boot mit den beiden Fischern von St. Juren, St. Juren, daricanein. Fischern von St. Juren, Untertitelung des ZDF, 2020